ja moin leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hex venture ich spiele wieder nicht alleine mit dem likane aka scouter gaming und ja wir sind gerade zu zweit auf weil die anderen irgendwie gerade nicht da sind weiß ich nicht ob die da sind sind die da keine ahnung ich habe keinen gesehen das hat keiner geschrieben und ich muss ein livestream update machen weil ich habe gestern das haus weitergebaut im livestream vom shadow und ich kann ja mal zeigen wie es gerade aussieht da habe ich 20 oder 30 decks sind da drinne jetzt gerade und ich muss schon wieder welche sammeln gehen und hier weiterbauen ich muss ebenfalls auch ein update machen wie man sehen kann habe ich jedes dach doch geändert und zwar nämlich treppen das sieht einfach schöner aus ist zwar auch noch nicht fertig aber es kommt noch du hast gesagt du hast decks ne also dings ja stimmt und ich habe noch ein bisschen stein und marble gefahren wozu hast du marble gefahren wenn du es nicht brauchst ja du brauchst es doch brauchst es aber nicht mit mich verarmen ich kann es auch selber ich kann es auch selber ich bin gerade ein little bit lucky laggy ne du schießt nicht ab warte das ist mir nicht auch ein bisschen was da hast du ich schmeiß mir dein müll dahin ach hier in einem der öfen ist auch noch ein stack drin der ist gebraten oh nice geil 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 und hier wenn du unter meinem haus bist ist dann noch mehr ja da hinten ist noch mehr also da ist ein ganzer berg ich habe endlich einen fliegestab also kann ich jetzt zurückfliegen so kann ich mich schnell aus denen hier schnell wieder hier bricks machen und da unten das loch füllen da habe ich nämlich die ganze zeit überlegt ob ich das jetzt ganz rum mache so treppen aber ne ich finde das so besser es wird so ein kleines lizard haus da kommen die fenster dann noch ich bin echt mal gespannt wie es hinterher aussieht was ich da vorhab was soll ich jetzt machen ach so ich muss jetzt hoch was mache ich denn hier ähm so mittlerweile ähm zweieinhalb stacks diamanten ähm jetzt habe ich es schade es funktioniert nicht ich muss schon fliegen so ich weiß nicht wie ich die zweite etage wie hoch ich die mache auf jeden Fall muss die ein bisschen höher als die untere sein dann sieht das komisch aus aber dann kommt ja schon das Dach wie hoch ist denn die jetzt? eins zwei drei vier fünf das glaube ich genau gleich groß ok ne 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 jetzt dein Müllnetwerk räumen können ey es ist ja immer im Invertrag ich habe gar keine kohle mehr um das ganze zweck zu braten ich habe mein Holz also ich habe hier genug wenn du was willst ich muss mir jetzt selber mal wieder welche holen sonst habe ich ja die ganze Zeit keine mal wieder mal wieder mal wieder mal wieder mal wieder was mache ich denn hier so und ja ach so stimmt ich war noch in einem Dungeon und ähm ja ich habe hier diesen Schokobusforn gefunden und noch ein paar andere Sachen ein paar Essenzen glaube ich waren dabei oder so oh leck das war jetzt ein kurzer shitleck shitleck ich äh weißt du was dieser äh übrigens warte ich muss kurz was ansagen äh bei äh das Video kommt ja morgen hoch weil heute darf ich es ja nicht mehr hochladen wegen den Livestream gestern äh wenn ihr am heute also dann sozusagen heute auf Shadow Stream äh Stormers äh Stream geht da wird ein Spiel verlost so ein kleines Gewinnspiel und zwar Just Cause 2 ist gerade ein Angebot gewesen und ja wer es sich nicht so holen kann der kann da halt mitmachen also es heute um 19 Uhr müsste es dann sein und ja jeder kann mitmachen find ich gut ja bestimmt du soll es auch irgendwann das nächste Mal machen ja es wird nämlich im Stream also er hat schon seinen Leuten gesagt es werden vielleicht so 80 Zuschauer oder so und äh das ist halt nicht mehr im Angebot Just Cause 2 und dann hat es halt doch jemand die Möglichkeit äh das so zu bekommen wenn er das nicht so bekommen hat also als Angebot und das hab ich halt auch schon gekauft und dann wird das da im Stream alles besprochen aber auch natürlich vielleicht also wir werden es nicht direkt am Anfang machen vielleicht irgendwie in der Mitte oder so dass die nicht irgendwie reinkommen und dann wieder rausgehen weißt du schon klar und ja dann suchen wir halt einen aus und der kriegt das dann also es ist eine hohe Möglichkeit zu gewinnen weil es sind halt noch nicht so wie viele Zuschauer wir werden das vielleicht irgendwann öfters machen wenn wir mal Bock haben dazu und es ist ja auch bald Weihnachten und dann passt das ja auch so so wenn ihr ihr könnt mir in meinem Kommentar schreiben was ihr davon hält also wenn wir so kleine Gewinnspiele immer machen und ja und ja ähm wollen wir bis 11 Uhr nachmachen? ich hab nen Timer an also ich mach 20 Minuten weil ich will das schnell hochladen und ich will das nicht verlängern also nicht so ein längerer so so jetzt ja wenn es 21 ist dann ist das immer ein Gigabit größer also äh ein äh ein bisschen mehr ich will genau 20 haben heut mal oh wieder kurz lag gewesen oh oh hier ey ich hasse nen Fliegelstab mancher ja also ähm was ich fragen wollte kennst du diesen Wind Stuff? ja wo man Tornados mitmachen kann ja weißt du ob der Blöcke kaputt macht? ne macht er nicht der Bubble Stuff ist auch voll geil da kannst du Leute fliegen lassen warte mal ich tu mal kurz was braucht man denn da? warte ich kann die mal direkt warte mal ich mach die mal kurz der ist nicht voll epic der ist nicht voll epic mhm 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 was ist er eigentlich ich kann das haben ich bin natürlich sehr intelligent wieso skype nicht oft beschäftigt ähh ich hab's direkt ausgebaut siehste ähh Freezer Red Crist da ist doch einer ich kann dir's noch gleich zeigen warte schade der Stuff ist weg ich komm mal zu dir pass auf das ist voll witzig also ich weiß nicht ich glaub du kriegst da gar keinen Schaden das ist richtig geil du glaubst mir das ist richtig geil du glaubst mir das ist richtig geil das kannst du halt auch mit Mods machen und so wir fliegen dir vorweg da war jetzt dein Dings drüber deswegen ist das so verbuggt gewesen geh nochmal von deinem Dach weg geh nochmal von deinem Dach weg das hab ich gestern gemerkt du musst halt normale Holzstäbe benutzen ja äh wenn dann baue ich das Haus auch im Stream fertig weil ich finde das ein wenig langweilig für die Zuschauer also ich werd hier nur ein bisschen immer weiter bauen in den Dings in den Streams werd ich das dann so richtig fertig bauen anscheinend vielleicht auch im nächsten der dann nächste Woche ist bei Shadowstormer könnte ich dann ja mal ankündigen dann geh ich nämlich die nächsten Tage erstmal in Dungeons und so und hol mir wieder Stuff damit ich wieder was hab und ja so wird das sozusagen jetzt die letzte vielleicht Baufolge und dann gehts wieder mit Dungeons los 2 na komm einen machen wir noch höher oder oder wieviel haben wir denn ok den Tonadus sieht man kaum 1,2,3,4 äh 1,2 ach ich muss es auch erzählen 2,3,4,5,6 ja 6 ja 6 nur da unten das ist aber echt schade das sind nur so ein paar Pixel bei dem Tornado 1,2,3,4 ok ja dann lass ich das noch dann kommt jetzt das Dach ja das sieht komisch aus ja das sieht komisch aus du hast hast du Texturepick drin ja das müsste eigentlich da schon besser aussehen oder oder doch Spunks habe ich drin ok ja jetzt kommt das Dach drauf aber ich wollte auch noch einen Turmbaum oder eher gesagt so ein Außenturm und ein Turm das wird dann so geil aussehen irgendwie da so zum rausschauen so ein Turm auch den werde ich glaube ich jetzt oh meine oh krass die fallen irgendwie zu Cousinside bei mir hier hinten runter ich weiß nicht wieso die habe ich so eine Anziehungskraft oder so genauso wie mich jetzt neuerdings auch die Blitze alle treffen wegen der Rüstung wegen der Meteorit glaube ich ok das ist zwar nicht intelligent ähm bei dir können wir schön die Kometkitties reinfliegen mhm das hätte ich auch vor also das wollte ich auch machen ich würde es dir glauben so naja das sieht dann wieder komisch aus hier ne wenn wir das hier so machen mhm so ne warte wenn das so ist dann so so da schauen dann hier oder so ich muss da nochmal ich muss mir da nochmal Bilder auch später anschauen ich weiß jetzt nicht mehr direkt wie man das Ding baut dahinter sah das gut aus mhm so maybe ach ich bin froh wenn ich mit dem Dach fertig bin ja ich auch ich habe noch nicht mal angefangen also ich habe jetzt grad die zweite Etage fertig jetzt kommt das Dach und das mache ich halt dann im Stream am besten und ja wer es sehen will halt bei Shadow Stormer auf den Stream ähm ja nächste Woche dann halt mal sehen wollen wir nächste Woche streamen das werde ich dann aber ankündigen hier fliegen richtig viele Adler rum merkst du das? ja es werden immer mehr hier haben die Schläge ja oder Geier oder was warte Igel Adler müsste auch ja müsste Adler sein ne Igel und Adler kommt hin so ja ne das ist doch falsch oder so wenn das denn so ist das ist falsch das ist falsch das ist falsch ich musste das wie gesagt nochmal anschauen ich weiß nicht mehr direkt wie man das Ding baut das habe ich einmal bei meinem Haus gebaut und ich fand das eigentlich richtig nice so auf jeden Fall so vielleicht und dann noch verbinden so dann müsste hier ein Fenster rein wie kann denn so ein Guckfenster ach ne ich muss da nochmal schauen also das sieht nicht so gut aus das muss ich nochmal neu baut guck ich mir aber dann später erstmal an ich mach jetzt erstmal das Dach also so ein bisschen kommt noch ein richtiges äh? ich muss wieder stundenlang Steine fahren ich muss bald wieder Marble fahren ich hab gleich wieder nix für das Dach geht echt extrem viel Stein drauf weil es halt Treppen sind ich find mein Boden einfach geil in meiner zweiten Etage das sieht saugeil aus ich hab äh halt für den Boden einfach künstliches Gras genommen bei mir ist das außen äh Marble Boden und dann in Holz das sieht so geil aus sieht so aus wie so einer Castle was soll ja eigentlich so ein Wizardhaus sein oh hoheit so bitte kein hoheit sir ähm ich glaube ich hatte das in letztem Video auch schon mal gesagt und der DC halt das ist echt geil gemacht einfach musst du dir auch zulegen ich hab eigentlich gar nicht auf die Standalone gewartet ich spiel lieber das andere ich mochte das mehr ja eher gesagt ich mags mehr ja irgendwie schon aber dieses Standalone halt wenn das ist find ich zu viel Zeugs also zu viel ja so wie hat der wie nennt also so weiche Texturen und so das mag ich überhaupt nicht die Quali von der ist normal die ist schon richtig geil das ist einfach so ein leicht gemacht das sieht einfach so leicht gemacht aus nur übertrieben ist halt wieder der Bloom-Effekt ja das mein ich ja sowas mein ich ja die Sonne da kannst du net reingucken ey ne ne vielleicht also ja nicht vielleicht zum testen oder so kauf ich sie was nicht an dann werd ich's vielleicht aber nicht spielen ich will mal da nur reingucken falls es mir gefällt und spiel ich es aber falls es nicht dann wird ich es direkt wieder runter deinstallieren ach was ne ich eigentlich mag ich es überhaupt nicht also der ist zwar das normale aber diese Standalone da hab ich gar nicht drauf gewartet da haben alle ja drauf gewartet und ich überhaupt nicht Ja ok, ich muss zugeben Ich finde das ist einfach nur ein Abklatsch vom normalen Das ist ja das normale, nur auf... Ja es sieht so billig aus, also es ist ja sozusagen wie Ama3 Ja das ist halt mit der Engine von Ama3 gemacht Durch diese Engine hat man viel mehr Möglichkeiten andere Sachen einzubringen Also wo es jetzt rausgekommen ist, da werde ich es mir eh noch nicht kaufen, erst wenn es fertig ist Ich habe irgendwie gehört es gibt unsichtbare Zombies Was heißt unsichtbar? Du hörst die Geräusche von den Zombies, aber die Zombies sind nicht wirklich anwesend Ok Na siehst du, jetzt sind wir wieder die Dings ausgegangen Also ich will mal was testen, wenn man hier jetzt so was hinwirft Kann ich das dann auch damit hochheben? Mal gucken ob der Dings bis zu dir ankommt, die Bubbles Ich bin grad unten Aber sieht so aus, ich habe es jetzt nicht direkt gesehen Ich habe es nicht gesehen Ja Also du, die kommen hier an Ja, ja eindeutig Lol, geil, wie weit die sind Wo ist denn hier so ein Huhn? Ich habe mal so ein Huhn Ist hier kein Huhn? Irgendwann habe ich so grad eins gesehen Die Stadt sieht immer noch gleich aus Ja, wir haben irgendwie von Shadow da keine Aufträge bekommen, was ich irgendwie ein bisschen schade finde, muss ich zugeben Ja, weil wir sollen uns auch selber beteiligen, hat er gesagt An der Stadt Also er hat ja Dings, was wir gesagt haben, können wir ruhig machen Nur es muss halt gut aussehen, hat er gesagt Ja, ok Und ich werde dann halt die Wege verschönern Also ich werde da so rechts und links Downslaps machen Und wieso, ach ja damit habe ich mein Dings angeschaut, mein Haus Wie man schon gesehen hat, ich weiß nicht, habe ich das im Stream gebaut? Ich glaube, ich habe das im Stream gebaut, ich weiß es nicht genau Dass hier meine Door hier so ist und die dann halt so zu ist Und das werde ich halt das hier, was hier drin ist Hier das, da wo man so schauen kann Das werde ich halt unten auch hinbauen, weil unten kommen bei meiner ersten Etage keine Fenster rein Nur bei der zweiten, dass das so richtig geil aussieht Und ja, das ist halt, zeige ich mir mal ein bisschen von innen hier Von innen, unten erste Etage Es beginnt grad bei mir ein bisschen zurück, denn ich weiß nicht wieso Ich schätze mal, mein PC ist wieder voll Und ja, so sieht es von außen aus Da kommt jetzt noch, ich weiß nicht wie man den Dinger nennt, auf jeden Fall die waren immer so Uncasted sind die immer so dran und da gucken die Leute dann immer durch, ob wer kommt und so Das muss ich nochmal gucken, also nochmal ein Bild so anschauen, wie man die baut Und wir haben gleich 20 Minuten erreicht, also wir sollten jetzt stoppen Naja, dann danke fürs Zuschauen und wie gesagt, das mit dem Gewinnspiel Ähm, heute dann sozusagen um 19 Uhr und ja, wer Bock hat, Just Cause 2 zu bekommen, der kann halt dann kommen Tschö Okay, ich bedanke mich hier auch Outro 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 Outro